Wenn du dich bei uns bewirbst, dann kann es passieren, dass wir dir absagen. Das klingt jetzt hier wie eine Verkaufsfloskel auf die Art, hey, wir sind limitiert, kann sein, dass du bei uns nicht durchkommst. Aber es ist wirklich so. Das Thema Qualifikation ist sehr, sehr wichtig. Warum ist das so? Das ist sehr wichtig für unsere Qualität. Und um diese Qualität aufrechtzuerhalten, auch was die Ergebnisse angeht, damit wir eben Leute zeigen können, die damit Geld verdienen, die da erfolgreich sind, Damit das alles stimmt, brauchen wir logischerweise Kriterien, die jeder einzelne Bewerber erfüllen muss, um qualifiziert zu sein. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Laptop hast, musst du dir einen holen, weil das eine Voraussetzung ist, um qualifiziert zu sein für unsere Ausbildung. Wenn du zum Beispiel ganz einfach keinen Bock drauf hast, so richtig, dann lass es. Bewerb dich bitte nicht bei uns, weil es bringt nichts, okay? Selbst wenn du die Ausbildung machst und du fängst sie an und du startest sie und du bezahlst uns, ist das Kacke, weil am Ende wirst du nicht happy sein, weil es dir nicht so viele Ergebnisse bringt, weil du ja eigentlich nicht so Bock hast. Du hast überlegt, okay, mache ich jetzt einfach mal. Gehst in unsere Ausbildung, bezahlst uns dafür. Wir geben alles, aber du hast eigentlich keinen Bock. Ziehst es nicht durch. Hast keine Ergebnisse. Drückst uns eine schlechte Bewertung rein. Nein, das macht keinen Sinn. Um genau das zu vermeiden, weil ich keinen Bock habe auf Auseinandersetzungen mit irgendwem, der es einmal nicht ernst genug meint, qualifizieren wir die Leute. Das heißt, wenn du in unser Erstgespräch kommst, dann stellen wir dir natürlich ein paar Fragen. Ja, wir gucken, hey, meinst du das wirklich ernst? Willst du das wirklich machen? Auch im Beratungsgespräch gucken wir, wird es überhaupt was? Wir sind nun einmal in der Lage, dass wir uns wirklich aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Es geht dabei nicht nur darum, dass man sich auch riechen kann, sage ich mal. Du sollst natürlich auch Lust drauf haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn du mich unsympathisch findest, macht das gar keinen Sinn, in so eine Ausbildung zu gehen. Weil, warum würde man das wollen? Am Ende des Tages ist es einfach so, ich will, dass das Ganze Qualität hat. Ich will, dass unser Ruf geil ist. Dass Leute sagen, hey, das ist Qualität. Das ist geil. Und dass wir nicht jedem dahergelaufen in unserer Ausbildung verkaufen, weil das tun wir nicht. Glaub mir, wir sortieren sehr viele Leute auch aus einfach, wenn wir merken, hey, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Die Person steht nicht so 100% dahinter. Wichtig für dich zu verstehen ist jetzt also einfach nur, hab Bock drauf. Ja, hab Spaß dran und meine es ernst. Ja, wenn du es nicht ernst meinst und du nicht denkst, dass du das Ganze auch durchziehst, dann bewirb dich erst gar nicht bei uns, weil das macht keinen Sinn. Ja, dann guck dir erst mal ein paar weitere YouTube-Videos an, hype dich selber ein bisschen auf und bewirb dich dann, damit du es auch durchziehst, okay? Wenn du dir das Video jetzt einmal anschaust und dir denkst, hey, ich würde es durchziehen, ich hab da Bock drauf, dann trag dich ein, worauf wartest du noch? Ja, in dem Sinne, jo, aus den Gründen können wir Bewerber hier eben entsprechend auch ablehnen und das wird auch passieren, das tun wir auf täglicher Basis. Ja, hab Spaß dran, hab Bock drauf, meine es ernst. Und alle, wo wir merken, hey, die meinen das nicht ernst, die sehen das so Larifari-mäßig, da macht eine Zusammenarbeit einfach keinen Sinn. Auch für die Person nicht, weil es bringt eh nichts, es ist rausgeschmissene Kohle im Endeffekt. Wenn du aber Bock drauf hast, dann ist es sinnvoll investiertes Geld, weil du hier dann auch entsprechend was lernst und die Dinge, die ich dir beibringen will, auch wirklich annimmst. Und in dem Sinne, ja, wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos und geh auf www.goldenvoiceacademy.de und trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Bis dann.